Äh, Basti. Korrekt, da schließe ich mich an, Mäuse, sehr gut. Es sei denn, man ist in diesem Podcast und Timo hört alles. Vielleicht habt ihr es da draußen auch im Abzug mal gehört. Es ist ja so, wenn man jetzt, nehmen wir mal die heutige Sendung, man redet jetzt irgendwie über Panic und dann guckt man parallel Dinge nach. Wenn man sagt, okay, bei Panic war doch dieses und jenes, wie war denn das? Und dann guckst du auf der Seite und dann scrollst du da rum und dann klickst du hier und klickst du da und dann hab ich da, normal hab ich ja so eine MX Master und die hat schon ein sattes Klickgeräusch. Leo, schaut gerade wieder. Was ist da los? Genau. Und das hört man dann halt auch im Podcast, weil dieses Mikrofon nimmt das natürlich schon mit, weil es sehr, sehr hörbar ist. Warte, ich google das kurz. Genau. Heute übrigens, alles klicken, was dir heute gehört, war Alex. Nur, dass ich mir hier, ich bin hier vorhin raus. Nee, nee, ich hab von dir heute die Tastatur gehört. Die Tastatur hast du von mir gehört. Normalerweise muss ich die nicht benutzen, aber ich höre es dir heute tatsächlich auf dieser Panic-Seite Dinge suchen. Also es war, ja. Tastatur ist das nächste, nächstes Ding. Dann hab ich mir gedacht, was machst du denn jetzt für diese, für die Sendung? Ich kann natürlich einfach nichts mehr klicken, aber dann weiß ich ja noch weniger. Ja, und manchmal gibt's so Sachen, wo du denkst, oh, Moment mal, wie war das? Wie war das? Und deswegen hab ich mir für eine andere Maus noch gekauft. Eine Podcast-Maus. Die hab ich ausschließlich für diese Sendung, hab ich diese Maus. Und zwar ist es eine Logitech M220 Silent. Die ist winzig klein. Und die ist auch eigentlich ganz furchtbar, kostet aber halt zwölf Euro ungefähr. Und ich muss ganz nah ans Mikrofon hingehen, dass sie sie klicken hört. Weil der USB dieser Maus ist, sie ist sehr leise. Das ist auch wirklich der Einzige, was sie ist, auch einfach nicht gut. Der Schweiz kostet sie gleich über 30. Der Schweiz kostet sie einfach 35 Franken. Über 30 Franken. Natürlich. Natürlich. Ja, okay. Ja, und die kann nicht viel. Die hat zwei Knöpfe, also drei Knöpfe mit dem Mausrad und ein Scrollrad. Und das war einfach auch alles. Und Die ist ganz leise dafür. Die ist einfach sehr leise. Und sie ist so das offensichtlich so der der beste Preis, Leistung, was leise Mäuse angeht, wenn das Einzige, was wichtig ist, dass sie leise ist. Es hätte sie in größer gegeben, aber für die Sendung ist ja nicht so, als müsste ich besonders ergonomisch arbeiten in der Zeit. Muss man nicht immer ergonomisch arbeiten. Naja, der Werbefilm, der zeigt eine Frau, die mit Laptop und Maus im Bett liegt und den Mann nicht schlafen lässt. ist das realistisch. Hast du das ausprobiert? Das ist bei uns absolut realistisch, weil ich liege da mit meinem Waschbrettbrauch, liege ich normalerweise im Bett und den kann dann meine Frau als als Mauspad benutzen, weil stell dir vor, die hätte noch so eine Maus mit so einer Kugel die ganzen Haare. Das wäre ja furchtbar. Joystick würdest du einfach hier einsetzen. Und naja, dann die konnte ich nicht liegen lassen. Genau, also von daher ist eine Maus, die man genau dann braucht, wenn sie nicht klicken soll und alles andere egal ist. Dann kann ich die M220 für den Preis, den man normalerweise so straßenpreismäßig bezahlt, wenn in der Schweiz hätten sie direkt bei Logitech kaufen müsst, dann nehmt die nicht, dann nehmt irgendwas anderes. Aber dafür ist die echt sehr, sehr in Ordnung. Sehr gut. Podcast Maus immer sofort kaufen. Ich hätte wahrscheinlich für mich hätte ich mir so ein Magic Trackpad gekauft und dann mit nicht Clicky, sondern mit Touchy klicken. Keine Trackpads. Trackpads sind verboten. Nee, Trackpads gehen schon, aber die sind auch, glaube ich, ein bisschen teurer als 12.50. Die sind viel teurer und sie sind einfach schlecht. Bisschen teurer. Was kostet das? 300 Euro. In der Schweiz 300 Euro. In der Schweiz? Sicher. Nein, das kostet 130. Bei Apple. In echt kostet 107. Okay. Ich muss übrigens noch eine Sache. In schwarz? Also wenn, dann würde ich ja ausschließlich in schwarz kaufen. Wenn schon, weil die Tastatur ist schwarz, das heißt, da muss das Trackpad dazu schwarz sein und dann ist es wahrscheinlich auch völlig unbezahlbar. 127 in schwarz. Okay. Originalpreis. 155 bei Apple. Geht schnell Richtung 200 Euro. Ein Nachtrag zu dieser Maus, muss ich noch schnell bringen, der ein bisschen albern ist, weil wir kennen ja Logitech als Firma, die zum einen Mäuse baut und zum anderen Mäuse baut mit USB-Donglen. Die zum dritten Mäuse baut mit USB-A-Donglen und einfach so tut seit Jahren, dass es kein USB-C gibt, aber gleichzeitig sagt, guck mal, wir haben diese Unifying-Empfänger, wir bauen jetzt neue Mäuse mit Bolt-Empfängern, die sind auch nicht so richtig kompatibel miteinander. Wir haben verschiedene Apps für verschiedene Mäuse, je nachdem. Und dann kommt diese M220 und die hat davon wieder einen anderen Empfänger. Das ist weder ein Unifying noch ein Bolt-Empfänger, sondern, weiß ich nicht, Logitech-Witz-Empfänger, den man dann, also sie hat auch kein Bluetooth oder so drin, sondern die hat halt ausschließlich diesen Funk, der da drin sitzt. Und dann hast du da unten so ein Compartment, wo du den reinstecken kannst, was nett ist, wenn du ihn mitnimmst. Ich kann die jetzt also nur hier nutzen, weil dieser Empfänger steckt hier an einem USB-Hub und das ist einfach, also ich muss ihn ja auch nirgendwo anders benutzen, weil ich nur hier diesen Podcast aufnehme, aber das ist einfach wirklich haarsträubend. Aber der ist auch nicht USB-C, oder? Natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Das ist faszinierend für mich. Wirklich cool. Ja, so Software und Treiber und Adapter-Fashing bei Logitech ist schon immer gut. Also der Vorteil ist an der Sache jetzt, ich habe für diese Maus einfach auch keinerlei Treiber in Zeit. Ich weiß nicht, ob es einen gibt oder nicht, ist mir aber auch egal, weil es ist halt ein normales Human-Interface-Device. Das heißt, bewegen geht, klicken geht, scrollen geht, mehr brauche ich auch nicht. Und ich habe ja inzwischen nicht mehr diesen Kindergartenscheiß mit, ich habe ja eine MX Master 3 hier zu Hause und ich hatte vorher fürs Büro eine MX Master 2, meine alte, die hatte ich einfach im Büro gelassen. Und die hätte ich auch noch und die könnte ich auch wieder ins Büro mitnehmen. Nicht, dass ich das dauernd brauche, weil ich da eh nicht dauernd bin, aber es würde halt im Umkehrschluss bedeuten, ich müsste für die MX Master 2 eine andere Software installieren. Und ich habe einfach entschieden, das mache ich nicht. Gut. Hervorragend. Um, das mache ich Mmmmm, das mache ich.